Im Sportzentrum kann man sich auch für einwöchige Kajakkurse anmelden oder einen erfahrenen Führer für Begleitung bei Abfahrten bekommen. Im Sportzentrum kann man sich auch für einwöchige Kajakkurse anmelden oder einen erfahrenen Führer für Begleitung bei Abfahrten bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musiker 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 Im Sportzentrum kann man sich auch für einwöchige Kajakkurse anmelden oder einen erfahrenen Führer für Begleitung bei Abfahrten bekommen. Musiker 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 Untertitelung des ZDF, 2020